Als Mitglied der expressionistischen Künstlergruppe Brücke hatte Ernst Ludwig Kirchner lange in Dresden und später in Berlin gelebt. 1917 aber wechselte er von der Großstadt in die Ruhe des Schweizer Ortes Davos. Mit Kirchners Umzug änderten sich auch die Motive seiner Gemälde. Er war fasziniert vom Leben der Bauern, der Tierwelt und dem Panorama der Berge. Bald stand die Idylle der Schweizer Berge im Mittelpunkt vieler seiner Werke, so auch im Gemälde Alp Weg nach dem Gewitter. Zwei Männer befinden sich auf dem Weg zu einer Hütte. Im Hintergrund ziehen sich langsam die letzten Gewitterwolken zurück. Farbtöne von hellrosa bis tiefrot lassen den Himmel und die gesamte Szenerie förmlich glühen. Mit intensiv leuchtenden Farben verlieh Kirchner diesem Gemälde eine geradezu paradiesische Atmosphäre. Diese hochwertige Museumsedition auf Künstlerleinwand ist auf 100 Exemplare limitiert, exklusiv bei Asmundi erhältlich und in Zusammenarbeit mit dem LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster entstanden, wo sich auch das Original befindet. Künstlerleinwand